ja leute und herzlich willkommen hier zu einem video und ja wir spielen heute mit dem ich würde gerade direkt getötet ich habe dies also natürlich ist der paar video wieder dabei wir haben gerade auch noch ein bisschen spät aufgenommen die haßen uns jetzt hast du schon vergessen du musst uns die abonnieren ich bin schon wieder tot das ist so eine scheiße finde ich liebe die aber nur wenn ich sie selber benutze aber ich auch nur wenn ich den anderen schieben kann ich demütige an dauernd leute ist voll einfach muss auch mal probieren habe ich dich auch es ist hallo die medikung und ich bin dieses behinderte spiel also ich finde den spiel und das ist eigentlich geil aber er ist ja gerade selbstbehindert spawn camper hier alter das ist gerade so kacke das ist nicht mehr witzig die ganze was soll man da machen einfach ich tötte alle nur euch nicht ich tötte einfach alle die ich sehe also töte mich auch wenn du mich siehst tötte mich ach so nicht hab ich jetzt die ganze zeit verschont wisst ihr ja genau sag ich auch immer kommt der mit dem messer der kleine bob ey soll ich die demütige ich hab so richtig verkackt ich bin erster geil die fläche jetzt habt ihr keine ahnung ich hab 14 und tote 16 läuft bei mir ne wie viele kills habt ihr keine ahnung ich hab 14 und tot ist 16 läuft bei mir ne Okay, ich habe 14 Tode und 21 Kills. Mein einziger Grund, weshalb ich gerade gewinne, ich demütige hier einfach richtig viele. Ja, ich bin ganz selbst von dir getemütigt, deswegen gewinnst du. Das ist die Schlussfolgerung. Du verlierst auch sonst. Oh nein! Einmal die Rache zurückbekommen. Verdient. Jetzt ist hier die Zeit der Abrechnung. Ich habe Blut geleckt jetzt jetzt. Blut. Mehr zählt. Hoffentlich. Weil wenn ich jetzt nach der Ankündigung hier nichts reiße, wäre es auch kacke. Ich kündige hier einfach alles, ja! Also, leider nur einmal. Nein, scheiße, behindert, ja! Jo! Wahrscheinlich, oder? Das reicht auch immer in meiner Aufnahme, ey. Ja, muss man sagen. So nachmachen, nicht schaß. Ich habe Patent, ich habe Patent drauf. Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Ich zahle dir 50.000 Euro. Verdient man ja mit 5 Abos. Okay, ist okay, ist okay. Du bist Brawl. Wenn die Typ man hier ist, macht das schon klar, ne? Komm schon, ich will dich demütigen. Jung, einer hat mich demütigt. Nein, du bist der Erste! Fick! Tut mir leid. Eine Kraftwörter. Kraftwörter. Hilf! Ich verliere! Tut mir leid. Wer war das, der vorhin noch vom Scheißen erzählen wollte? Ich nicht! Okay, dann erzähl mal. Du warst ja von auf dem Klo. Ich wollte dich noch interviewen, wie es war und was du rausgebracht hast. Also. Viele Scheiße. Viele dunkle Scheiße. Okay, nur ein paar mehr Details bitte. Willst du nicht wissen? War die Großspielung, war sie richtig laut oder so? Ultra laut. Hardcore laut. Ich sollte, ich sollte dich mal, ich sollte dich mal, ich sollte dich mal, ich sollte dich mal demütigen. Habe ich verdient, ne? Okay, ich bin gerade ein bisschen leiser. Yo, verd***t. Tut mir leid wegen den Kraftwörtern. Also ich bin, oh wir sind auf jeden Fall alle. Oh, ich bin zweiter. Oh, ich bin zweiter. GG. Also ja, wir haben eigentlich alle ziemlich gut abgeschnitten. Auch wenn wir dauerhaft Scheiße gelabert haben. Heils Maul. Bis der nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.